Josh, Wacken 2007 mit Type-O-Negative. Wie war es? Ich bin sorry. Warum? Ich weiß nicht. Du bist sorry? Was? Wenn ich in Hamburg bin, sage ich, ich bin sorry. Okay. Was waren deine Erwartungen, als du hierher gekommen bist? Weil Wacken ist so groß und groß für die Leute und auch für die Metal-Szene. Es ist kein Geheimnis, dass wir ein bisschen Mishap in Hamburg früher in der Jahre hatten. Ich hatte wirklich keine Erwartungen. Ich habe einfach nur 100 Prozent. Wie wir das letzte Mal haben. Also, was passiert. Ich habe keine Erwartungen. Ich mache nur mein Bestes jedes Mal. Ich sage, dass es schön sein, zu sein, zu einem Metal-Festival. weil wir Woodstock gemacht haben, und das war zu viele fucking Peace Hippies. Und das shit bugged mich. So, ich bin glücklich, dass ich sein, wie ein Satan-worshipping-fuckers, wie Metal-Heads. Das macht mich besser. Ich habearte. Das macht mich besser. Das macht mich besser. Ich hole fuck deinen Weg. Das macht mich super. tearing das stellen jaar imagine. It's hell, yes! Dramatoren! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.